hallo und herzlich willkommen bei loreline.de mein name ist eckles wir machen den erfolg ogre aufweiger den gibt es auch einmal jährlich immer ihr kriegt dafür einen erfolgspunkt wenn ihr ihn in der kategorie von paviren abschließt so wo sind die ogre naja die ogre sind einmal hinten beim gebiet der char und zwar oben drauf das heißt ihr müsst auf den außen ring und von dort aus könnt ihr sie dann erreichen ich mag hier sie euch einmal hier im video da oben sind drei ober die sind natürlich nur tage sind weil sie ausgeworfen sind und schon weißen mantel als pfeile verdrängt wurden dann sind drei ziemlich gut versteckt bei den piraten ihr müsst quasi durch das schiffstrack durch passt auf ihr könntet geportet werden genau hier an der seite entlang und dann werden sie hier drin wir sind auch drei normalerweise irgendjemand hat einen schon getötet keine ahnung warum und dann nehmen sind auch welche beim weißen manchen und dann laufen wir jetzt fix mal hin wenn ich hier mal raus darf halt wir nehmen die treppe nein wir nehmen die wegmache weil das dreimal schneller geht vor allem wenn man keine mounds hat die letzte position ist hier vorne und da wurden sie gerade getötet die werden hier vorne beim lagerfeuer aber die responden auch genau das wären die urgen kommen sie hoffentlich gleich mal raus bitte gott wir machen die einfach bei den piraten meine ausdauer schwindet da sind wir hier auch Oga bei den Piraten und da ist der Dritter der war hinter einem zweiten versteckt bitte sei einmal Oga auf Ohrfeige abgenommen geschlossen für euch, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, Like mal und Abonniere nicht vergessen, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.